Jo Leute, hier ist wieder euer ASPLP, willkommen mal wieder zu einem Video der etwas anderen Art, zu einem, ja, Info-Werbe-Video, mal wieder zu einem Kanal, dieses Mal geht es um den DexLP, er ist glaube ich noch hinten dran, keine Ahnung, ich glaube auf jeden Fall der DexLP, ok, macht er jetzt seit neuestem auch, wie ihr hier sehen könnt, Kanaldesigns, wirklich sehr, sehr gut gelungene Kanaldesigns, seht ihr ja auch hier an meinem jetzt, hat er mir auch eins gemacht, super toll gelungen, also vielen Dank nochmal, falls ihr das schaust, super gelungen, seht ihr hier gerade auch so ein bisschen mit integriert, meine aktuellsten Projekte oder die Projekte, die ich schon mal hatte, da unten seht ihr ja Banjo und Kazooie, hier seht ihr Zelda, ja Link, Quatsch, nie Zelda, Link, da hinten seht ihr The Legend of Zelda, ein aktuelles Projekt, Ocarina of Time, da unten links, seht ihr den Assassin Ezio Auditore da Firenza, ja, da habe ich mir natürlich als Aufbau genommen, mal kurz zu dem Projekt, weil ja bald Assassin's Creed 3 rauskommt und ich auch bald einen neuen PC habe, dass das Spiel dann auf dem PC sehr gut laufen wird, wenn ich das dann aufnehme, ich hatte die letzten Teile immer auf der Xbox, aber ich will irgendwie von der Xbox das nicht aufnehmen, weil ich dann wieder mit meinem super Handy aufnehmen müsste und naja, man braucht sich ja nur die FIFA 12 Let's Plays anzugucken, dann weiß man wie die, wie das Bild ist und der Ton und links oben sehen wir einen Ninja, Mystical Ninja starring Goemon, wird mein nächstes Let's Play sein, den Kollegen werdet ihr öfters sehen dann in dem Spiel, also könnt ihr euch schon noch freuen, dann hier links seht ihr ja HSPLP und rechts, mein Spruch, den ich bis jetzt habe, den ich auch mal ein bisschen behalten werde, Langeweile, kenne ich nicht, das ist mein Motto, ja, also das ist jetzt erstmal nur die verkleinerte Version, auf meinem Kanal sieht man da noch nicht so viel, ich habe das jetzt auch schon mal auf meinem Kanal hinten eingefügt, aber ihr werdet da noch nicht so viel sehen, deswegen zeige ich euch das jetzt mal so, weil das ist noch nicht vergrößert, ja, erschicken wir dann noch die vergrößerte Version hoffentlich, wir haben uns darauf so ein bisschen ge-, ah, eigentlich auch so ein Deal, hm, 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 ja, und im Gegen-, äh, zur Gegenleistung habe ich ihm halt, oder mache ich jetzt mit diesem Video hier auch ein bisschen Werbung für seinen Kanal und für das, dass er jetzt am neuesten tut, Kanal Designs, also, falls ihr noch kein Kanal Design habt oder falls ihr euer Kanal Design verändern wollt, Fragt wirklich nach bei der DEX LP Ich werde seinen Kanal Oder den Link unten in die Beschreibung Reintun, damit ihr draufgehen könnt Also wirklich sensationell gelungen Vielen Dank nochmal dafür Und ja, dann viel Spaß weiterhin mit meinen Videos Und auch bei seinen Videos Und bis zum nächsten Mal Euer HSPLP